Hi! So, heute wird's ernst. Ich gehe jetzt das Auto waschen und dann kommt das Dachzelt drauf. Auf geht's! Und Hilfe brauchen wir natürlich auch noch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier in Wipperfurt bei Curly Horses Germany. Pferde für Allergiker. Und hier haben wir heute Nacht geschlafen. Mahlzeit, Freunde. Wir sind heute auf der Neijetalsperre. Und hier, wie ihr seht, wunderschön bei bestem Wetter. Dieser Blick ist einfach nur fantastisch. Wunderschön. Musik So, da ist das Wochenende wieder vorbei. Wir klappen jetzt ein. Auf geht's! Musik Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne Feedback und Anmerkungen für die nächsten Videos unten in den Kommentaren. Und nicht vergessen, abonniert den Kanal. Vielen Dank! Musik Musik Musik